Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Ja, da muss es gelb geben. Bei diesem Foul erreicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Mit diesem Foul zieht er gelb. Da nutzt keine Ermahnung. Da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Es gibt die gelbe Karte. Und da sieht er gelb. Zurecht. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte. Und zwar mit vollem Recht. Das war kein Grenzwahl. Das war eine klare Sattel. Gelbe Karte. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Ja, da muss es gelb geben. Bei diesem Foul reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte. Und natürlich sieht er gelb. Zurecht. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte. Und zwar mit vollem Recht. Das war kein Grenzwahl. Vielen Dank.